In den letzten Videos wurde immer wieder das Fluten und der Broadcast erwähnt, also das Versenden einer Nachricht an alle Netzteilnehmer, wobei Netzteilnehmer oft alle Netzwerkschnittstellen in einem Subnetz bedeutet hat. Wir hatten gesehen, dass der Broadcast ein wichtiges Mittel ist, um verschiedene Mechanismen zu ermöglichen, aber das Verteilen einer Nachricht an alle ist nicht immer trivial und in diesem Video geht es deshalb um das Broadcast-Routing. Obwohl wir den Broadcast an sich schon kennengelernt haben, zum Beispiel bei der Betrachtung von DHCP oder als Mechanismus für das Verteilen von Routing-Informationen bei Link-State-Routing-Verfahren, war der Fokus bisher auf dem Unicast, also dem Versand von Nachrichten zwischen zwei Endsystemen, einer Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Es gibt aber viele verschiedene Arten der Kommunikation, die eine Bedeutung im Internet haben. Diese sind vereinfacht rechts in der Grafik dargestellt, wobei jeder Punkt einen Knoten im Internet symbolisiert, ein blauer Punkt dem Sender einer Nachricht entspricht und ein grüner Punkt dem Empfänger einer Nachricht beziehungsweise einem möglichen Empfänger. Neben dem Broadcast, der alle Knoten erreichen soll, und dem Unicast, bei dem es genau einen Sender und einen Empfänger gibt, gibt es zum Beispiel noch den Multicast. Diese Kommunikationsart versendet Nachrichten an eine Untermenge aller Knoten. Diese werden auch Multicast-Gruppe genannt. Multicast kann zum Beispiel bei der effizienten Verteilung von Live-Multimedia zum Einsatz kommen. Darüber hinaus gibt es noch den Anycast. Dieser ist zum Beispiel bei den DNS-Root-Servern im Einsatz. Wir hatten gesehen, dass es 13 logische Route-Namen-Server gibt, die durch an die 1000 DNS-Router-Instanzen implementiert sind. Ein logischer Route-Server ist durch eine IP-Adresse repräsentiert. Das heißt, die verschiedenen Instanzen eines logischen Route-Servers haben die gleiche IP-Adresse und es ist völlig egal, welche von diesen eine gegebene DNS-Anfrage beantworten. Anycast sorgt dafür, dass Pakete an die jeweils nächste Instanz gesendet werden. Das heißt, Anycast sorgt dafür, dass Pakete an einen Knoten aus einer Menge an möglichen Knoten ausgeliefert wird. Es gibt noch andere Kommunikationsarten wie dem Geocast, der alle Knoten in einer geografischen Region erreicht. Allerdings spielen diese im Internet keine wirkliche Rolle. Kommen wir aber wieder zum Broadcast zurück. Wie schon erwähnt, ist dieser bei vielen Protokollen im Einsatz. Das Ziel von Broadcast-Routing-Verfahren ist die effiziente Verteilung der Broadcast-Pakete im Netz. Das heißt, eine Verteilung, die unnötige Last vermeidet und verhindern muss, dass sogenannte Broadcast-Stürme entstehen. Also eine ständig ansteigende Anzahl an Broadcast-Paketen im Netz, bis das Netz selbst durch Broadcast-Pakete überlastet wird. Erwähnenswert an dieser Stelle ist auch, dass IPv6 keinen Broadcast-Mechanismus mehr bereitstellt, sondern nur noch Multicast unterstützt. Broadcast wird über eine Multicast-Gruppe implementiert, in der alle Geräte sein müssen. Damit ist der Broadcast effektiv über eine allumfassende Multicast-Gruppe implementiert. Rein theoretisch könnte man mit dem Unicast ein Broadcast-Äquivalent nachbilden, indem man einfach bei N-Empfängern N-Unicast-Nachrichten eine für jeden Empfänger versendet. Der Vorteil wäre, dass man keinen neuen Mechanismus einführen müsste, denn der Unicast funktioniert ja schon. Es gibt allerdings einige Probleme, die dieses Verfahren ungeeignet machen. Zum einen muss der Sender jeden Knoten im Netz kennen, um jedem Knoten ein Unicast-Paket schicken zu können. Allerdings wird der Broadcast oft genutzt, weil eben das nicht der Fall ist. Aber selbst wenn man davon ausgehen kann, dass jeder Knoten im Netz die Adresse jedes anderen Knoten kennen könnte, dann würde dieses Verfahren immer noch sehr viel Last im Netz verursachen. Insbesondere nah am Absender der Nachricht. Dies ist recht deutlich hier im Bild dargestellt. Jeder Pfeil einer Farbe entspricht dabei einer Nachricht. Vielleicht kann man sich mit einem einfachen Algorithmus für das Fluten von Broadcast-Nachrichten behelfen. Dieser lautet wie folgt. Der Empfänger einer Broadcast-Nachricht sendet diese Nachricht über alle Netzwerk-Schnittstellen weiter, außer über die Schnittstelle, über die die Broadcast-Nachricht empfangen wurde. Damit müssen Pakete im Netz vervielfältigt werden und dies spart Bandbreite im Vergleich zu unserem ersten Versuch, den Broadcast über Unicast zu realisieren. Dieses Verfahren ist hier im Bild dargestellt. Eine Nachricht wird von Router A gesendet. Router B zum Beispiel empfängt diese Nachricht und schickt sie weiter an Router D und F, aber nicht zurück an A, denn von dort kam die Nachricht. Wie man sieht, funktioniert dieses doch einfache Verfahren in dieser Beispiel-Topologie. Aber auch hier gibt es ein Problem, denn diese Topologie ist ein Baum und in Bäumen funktioniert dieses Verfahren tatsächlich, aber nicht in beliebigen Topologien. Denn sobald ein Netzwerk eine Schleife enthält, funktioniert dieses Verfahren nicht mehr und führt zum Broadcast-Sturm. Dies soll in einer kleinen Topologie veranschaulicht werden, die aus vier Routern besteht, die eine Schleife bilden. Wenn der oberste Router eine Nachricht verschickt, dann schicken die Nachbarn jeweils diese Nachricht weiter an den untersten Router, der die Nachricht, die vom linken Router kommt, an den rechten und umgekehrt schickt. So gelangt die Nachricht wieder an den Sender und so weiter. In diesem einfachen Beispiel ließe sich auch eventuell eine einfache Lösung des Problems finden. Aber sobald Topologien komplexer werden, mit komplexeren Schleifen und Verbindungen zwischen den Knoten, muss man Verfahren finden, die den Broadcast-Sturm verhindern. Auf dem einfachen Algorithmus kann man aufbauen, um bessere Broadcast-Routing-Verfahren zu entwickeln. Hier seien drei Möglichkeiten exemplarisch genannt und wir erweitern unsere Beispiel-Topologie um einige Links, um Schleifen zu erzeugen. Die erste Möglichkeit wäre es, Broadcast-Nachrichten mit Sequenznummern oder IDs zu versehen. Diese müssten sich die Knoten im Netz merken und sobald eine Nachricht empfangen wird, dessen Sequenznummer man schon kennt, kann diese verworfen werden. Das sollte Broadcast-Stürme in Einhalt gebieten. Aber die Frage ist, wie lange man sich solche Sequenznummern merken sollte. Zu kurz und Broadcast-Stürme wären wieder möglich. Zu lang und eventuell muss viel Zustand gehalten werden, je nach Broadcast-Aufkommen im Netz. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, aus einer beliebigen Topologie einen Baum zu bilden. Das heißt, man bräuchte ein Verfahren, das für die Weiterleitung von Broadcast-Nachrichten im Netz einen Baum bildet, entlang dessen man diese Nachrichten verteilt. Die dritte Möglichkeit besteht darin, die schon existierende Weiterleitungstabelle zu nutzen, um zu entscheiden, welche ankommenden Broadcast-Nachrichten weitergeleitet und vervielfältigt werden und welche nicht. Da Möglichkeit 1 relativ selbsterklärend ist, schauen wir uns nur die letzten beiden etwas genauer an. Wenn man die Weiterleitungstabelle nutzen kann, um Broadcast-Nachrichten effizient zu verteilen, dann hätte das den Vorteil, dass man nur wenig extra Arbeit hätte, um dies umzusetzen. Die Frage ist, wie kann die Weiterleitungstabelle genutzt werden? Der Mechanismus dazu nennt sich Reverse Path Forwarding und funktioniert folgendermaßen. Wenn eine Broadcast-Nachricht ankommt, dann überprüft der Knoten, ob ein Paket an den Absender der Broadcast-Nachricht über die gleiche Schnittstelle verschickt werden würde, auf der die Broadcast-Nachricht angekommen ist. Das heißt, über die Schnittstelle, auf dem günstigsten Pfad Richtung Absender liegt. Ist dies der Fall, dann wird die Broadcast-Nachricht vervielfältigt und über alle Schnittstellen verteilt, außer über die, auf der die Nachricht angekommen ist. Die Arbeitsweise von Reverse Path Forwarding sieht man hier in der Abbildung. Knoten A sendet eine Broadcast-Nachricht an alle Schnittstellen. Ein Knoten, der diese Nachricht erhält, ist D. Da die Nachricht auf einer Schnittstelle ankommt, die auf dem kürzesten Pfad zum Absender A liegt, verteilt D die Broadcast-Nachricht an B und H. Die Broadcast-Nachricht, die D an B schickt, wird von B aber verworfen, da diese nicht auf der Schnittstelle ankommt, die auf dem kürzesten Weg zum Absender A führt. In der Abbildung sind alle Nachrichten, die ankommen und weiterverteilt werden, als orange Pfeile dargestellt. Nachrichten, die verworfen werden, als rote Pfeile. Man sieht, dass der Algorithmus funktioniert. Man sieht aber auch, dass Nachrichten verschickt werden, die beim Empfänger verworfen werden, d.h. es gibt noch ein wenig Verbesserungspotenzial. Bevor wir uns eine solche Verbesserung anschauen, gibt es noch einen weiteren Anwendungsfall von Reverse Path Forwarding, das Unicast Reverse Path Forwarding. Wie der Name schon andeutet, geht es hier nicht um Broadcast, sondern um Unicast. Das Prozedere ist aber das gleiche. Der Anwendungsfall hier ist das Verhindern von sogenanntem Source-Adress-Spoofing. Also, dass jemand die Quell-IP-Adresse beliebig setzen kann. Das hört sich nicht nach einem großen Problem an, ist aber in der Tat eine wichtige Grundlage für viele Angriffe im Internet. Nur so viel dazu. Um Pakete, die unnötig verschickt werden, ganz zu eliminieren, kann man Spannbäume einsetzen. Spannbäume beinhalten alle Knoten eines Graphen und können in beliebigen Graphen gebildet werden. Entlang des Spannbaums werden alle Broadcast-Nachrichten verschickt. Links, die nicht Teil des Spannbaums sind, werden dementsprechend auch nicht für die Verteilung von Broadcast-Nachrichten verwendet. Da Bäume per Definition schleifend frei sind, kommt es somit nicht zu Broadcast-Stümmen und es werden keine überflüssigen Nachrichten versendet. Diese Ersparnis erkauft man sich durch die Komplexität, einen Spannbaum errichten zu müssen. Hier im Bild ist ein exemplarischer Spannbaum dargestellt. In der schon zuvor verwendeten Topologie sind die Links, die Teil des Spannbaums sind, rot dargestellt. Für das Erstellen eines Spannbaums in einem Netzwerk gibt es verschiedene Verfahren. Hier soll nur exemplarisch auf eines eingegangen werden, das zentrumsbasierte Aufbauen eines Spannbaums. Bei diesem Verfahren übernimmt ein Knoten im Netz eine spezielle Aufgabe. Er stellt das Zentrum dar, das für den Aufbau des Baums benutzt wird. Um dem Spannbaum beizutreten, sendet ein Knoten eine spezielle Nachricht via Unicast an das Zentrum. Sobald die Nachricht entweder einen Knoten erreicht, der schon Teil des Spannbaums ist, beziehungsweise das Zentrum selbst, wird der Pfad, den das Paket genommen hat, Teil des Spannbaums. Die orangenen Pfeile in der Abbildung zeigen die Konstruktion des dargestellten Spannbaums. Die Zahlen an den Pfeilen geben die Reihenfolge an, in der Knoten dem Spannbaum beigetreten sind. Zuerst ist E dem Spannbaum beigetreten. Die Unicast-Nachricht gelangt bis zum Zentrum und zwei Links werden damit Teil des Spannbaums. Danach tritt G dem Baum bei. Die Nachricht an das Zentrum endet schon beim Knoten C, da dieser schon Teil des Spannbaums ist. Alle weiteren Knoten treten dem Spannbaum nach dem gleichen Prinzip bei. Zusammenfassend. Neben dem Unicast, also dem Senden einer Nachricht an einen bestimmten Knoten im Netz, gibt es noch andere Kommunikationsarten, die im Internet eine Bedeutung haben. So ist zum Beispiel der Broadcast, also eine Nachricht an alle Netzteilnehmer, wichtig für Funktionen wie die Adressvergabe durch DHCP. Wobei alle Netzteilnehmer typischerweise auf ein Subnetz beschränkt ist. Einen internetweiten Broadcast gibt es nicht. Aber es gibt auch Kommunikationsarten, die andere Empfänger adressieren, als alle Netzteilnehmer oder nur einen bestimmten Netzteilnehmer wie beim Unicast. Der Multicast zum Beispiel schickt eine Nachricht an eine Untermenge aller Netzteilnehmer, die in einer bestimmten Gruppe sind. Oder der Anycast schickt eine Nachricht an einen Knoten aus einer Menge möglicher Knoten, typischerweise den nächsten. Letzteres wird zum Beispiel bei den DNS-Root-Servern eingesetzt. Der Broadcast-Mechanismus ist allerdings nicht trivial durch unkontrolliertes Fluten zu implementieren, da dieser Ansatz nur in schleifenfreien Topologien funktioniert. Bessere Lösungsersätze haben wir mit Reverse Path Forwarding und Spannbäumen kennengelernt.